Jörn Schlöhn-Vogt, 36, und Hanna Schlöhn-Vogt, 26, gehen von nun an getrennte Wege. Der GZSZ-Star und die Influencerin galten für viele als Traumpaar. 2017 kam der erste gemeinsame Nachwuchs des Paares zur Welt. Töchterchen Delia machte das Familienglück perfekt. Ein Jahr später gaben sich die einstigen Turteltauben das Ja-Wort. Doch die Ehe der beiden war nicht von langer Dauer. Denn Jörn und Hanna sind nicht mehr zusammen. Gegenüber Bild bestätigte der Schauspieler die überraschenden Neuigkeiten, wir können bestätigen, dass wir seit längerem kein Liebespaar mehr sind. Um Missverständnissen vorzubeugen, wir verstehen uns sehr gut und ziehen unser Kind gemeinsam groß. Jörn betonte außerdem, wir bleiben sowohl freundschaftlich als auch geschäftlich miteinander verbunden. Berichten zufolge trennten sich die beiden schon vor einem Jahr, allerdings sollen sie noch zusammenleben. Der Nachwuchs steht für den 36-Jährigen an erster Stelle. Erst vor kurzem brachte er seine Tochter zum Dreh. Minimi bei GZSZ, Vorbereitungen für die Vertragsübernahme laufen, scherzte Jörn unter dem Instagram-Beitrag. Das Foto zeigt, dass Vater-Tochter-Duo gemeinsam auf einer Bank sitzen, hinter ihr an der Wand ein Schild mit der Aufschrift Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020